es ist mal wieder mittagszeit und damit zeit um einen blick auf den deutschen aktienindex zu werfen der mich ehrlich gesagt heute morgen schon ein wenig geärgert hat und damit herzlich willkommen zum heutigen dax am mittag es begrüßt die rené bertheit das video ist wie immer keine empfehlung zum kauf oder verkauf von finanzinstrumenten und natürlich ist das ganze hier auch nur meine meinung und ja wie sieht meine meinung aus wie sah sie heute früh aus im vorbürstlichen handel um 7 uhr seht ihr gerade auch noch an den pfeilen der markt sollte eigentlich insgesamt übergeordnet so ein bisschen bärisch tendieren ich habe die variante dass wir durchaus noch mal in richtung der 18.400 oder 18.450 punkte laufen können das macht der markt momentan nicht die frage ist aber sind wir wirklich so schwach dass wir jetzt im grunde die gewinne von gestern und auch von der letzten vom letzten freitag die anschlussgewinne die die erholungsgewinne hier dass wir diese komplett pulverisieren und dann weiter in richtung süden tendieren momentan liegt der dax ja circa 130 punkte im minus das ist noch nicht so viel wäre noch platz nach unten gerade wenn man sich auch die dynamik der letzten tage anguckt als es nach unten ging aber auf der anderen seite man sieht halt auch wirklich die bullen ja sie versuchen zumindest dagegen zu halten und das ist auch mehr oder minder das was mich ärgert ich habe nämlich so den ein oder anderen long versuch heute gestartet und man muss sagen man hat dann auf der sehr kurzfristigen ebene im fünf minuten chart und co durchaus die kleinen impulse gegeben um hier eine bodenbildung zu vollziehen ist aber dann nie durchgekommen sieht man auch aktuell wieder im deutschen aktienindex also der future ist ein bisschen heft nicht ganz so dramatisch unterwegs aber im dax schon wieder ein neues tief gesehen und wieder wird das tief gekauft das ist halt alles so ja so ein bisschen tröpfel nach unten immer wieder hoffnung nach oben aber bisher durchgekommen sind wir jetzt nicht wie geht es weiter wer das übergeordnete bild noch mal sicher umrufen möchte schaut das gestrige video dann verlinke ich euch an schul im anschluss hier im abspann mit rein ansonsten schauen wir heute mal auf den d trading bereich was mir noch fehlt ist wirklich so eine gewisse auktion nach oben und man sieht sie wir haben wirklich eine ganze menge grüner kerzen gesehen immer wieder stabilisierungsversuchen an den tiefs da kann eventuell noch mal eine aufwärtsbewegung in richtung 18.250 punkte folgen da stoßen wir so ein bisschen auf die heutige volumen grenze und der folgt dann der bereich bei 18.285 und 18.325 punkte und das wären dann wieder zonen wo man eine kurzfristige abwärtsbewegung erwarten kann oder vielleicht sogar ein gewisses bärisches comeback denn mit den heutigen kursverlusten stellt sich tatsächlich die frage ist der markt hier quasi immer noch in seiner erholung unterwegs und kann doch noch mal die 18.4 oder 18.450 anlaufen oder sind wir grob formuliert in der abwärtsbewegung unterwegs bereits und selbst wenn wir noch mal kleinere erholungsgewinne heute intradysieren ist das vielleicht nur in anführungsstrichen naja wie soll ich sagen eine zwischenbewegung um dann doch am nachmittag mit den amerikanern noch mal neue tiefs zu erreichen und das ist eine frage die ich als anschluss szenario momentan tatsächlich offen lassen möchte wir haben hier im grunde noch diese kleine bullische tendenz vom letzten freitag die noch nicht komplett ich sag mal zu den akten gelegt werden kann da fehlt mir noch so ein bisschen die aufwärts auktion aber das ganze ist natürlich jetzt auch der ja auf der unterseite heute schon etwas zu schwungvoll gelaufen um da hier entspannt durch zu atmen und zu sagen nee das wird noch schon in richtung 18.4 deswegen von meiner seite aus für den heutigen handel ich gehe mal davon aus dass wir auch in diesen 30 minuten schad stunden schad zu einen gewissen push versuch nach oben sehen und dann sind wir quasi in dem szenario drinnen wo ich gesagt habe da wird sich dann entscheiden müssen können wir doch noch mal bullisch durchstarten oder kommt es hier zur abwärtsbewegung mit dem mit dem rutsch dann später auch auf und unter die 18.075 marke beide varianten die anschluss varianten halte ich relativ gleichwertig ich würde hier die kurzfristige erholung in den vordergrund stellen und im grunde würde ich auch formulieren die bullen sind natürlich so ein bisschen auch durch die heutigen kurs verluste in der beweispflicht also das heißt im zweifelsfall könnte man sogar schon wieder ganz leicht den bären eine chance einräumen aber da möchte ich wirklich auch noch mal sehen wie läuft die nächste aufwärts auktion wie läuft der nächste move das ganze ist heute wie gesagt nicht ganz so einfach zu treten ich werde es nicht mehr tun vielleicht auch das mal am rande wir haben heute früh zwei chancen 23 chancen gehabt die sind wir haben wir liegen gelassen es läuft immer noch eine davon ich bin also noch mit einer kleinen position long drinnen am ein bisschen unter dem aktuellen kurs und möchte da kein neues tief mehr sehen da liegt mein stopp in einen weiteren versuch werde ich heute nicht machen einfach nicht weil es nicht nicht lohnt sondern weil ich am nachmittag einfach was anderes zu tun habe und dementsprechend die börse nicht begleiten kann denn ich hatte ja eingangs schon gesagt für mich ist das momentan ein umfeld wo ich den markt eben nicht entspannt mir anschaue wo ich sondern wo ich eher sagen würde hier würde ich genauer hinschauen ihr seht wieder ein doppelboden wir müssen ja mindestens über diese 215 hinaus und wenn wir über 215 hinaus laufen wäre hier der bereich bei 250 schon mein nächstes ziel und ich kann mir sehr gut vorstellen dass wir an all diesen marken tendenziell so ein bisschen uns auch ich sag mal ja zumindest mal gewisse reaktionen sehen und je nachdem wie schnell wie dynamisch wir an diese marken kommen wie die die reaktion an diesen marken ist würde ich dann das anschluss szenario mehr oder minder festlegen und mir überlegen werde ich die long position halten falls sie dann noch besteht oder werde ich eine short position aufbauen oder werde ich nur meine long position schließen und erst mal die seitenlinie einnehmen und das kann ich halt jetzt noch nicht besagen je dynamischer wir oben durchlaufen desto besser natürlich für die long variante je schleppender das ganze wird desto vorsichtiger würde ich auf der long variante sein ja soweit erst mal dazu man sieht ihr seht hier auch schon wieder der mark kommt hier nicht durch es sind immer diese versuche aber er kommt nicht durch auch jetzt schon wieder die fünf minuten kerze die sich so ein bisschen ins bärische dreht nichtsdestotrotz das soll es jetzt erst mal von meiner seite aus gewesen sein ich wünsche euch auf alle fälle noch ein gutes händchen gute entscheidungen für den heutigen handel drückt euch die daumen und freue mich natürlich wenn ihr morgen wieder dabei seid